Ich habe jetzt zur ersten Referentin diesmal, hier sage ich ein Stichwort, wie kann man Sie vorstellen, ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe was, was du nicht siehst. Das ist vielleicht am Bezeichnissen für diese Frau. Das Referat, das wir jetzt hören werden, meine Hoffnung, meine Bitte ist, das möge, wie soll ich es mal sagen, symbolisch sein für die ganze AZK, aber auch für die ganze Zukunft. Ich sehe was, was du nicht siehst. Hier mal die kurze Bildvorstellung unserer ersten Referentin. Frau Dr. Katharina Friedrich. Von Jugend an galt das Interesse von Dr. Katharina Friedrich der Quantenphysik mit ihren Wahrscheinlichkeiten, angewandt auf die lebendige Materie in Biologie, Medizin, als auch auf ökonomische Prozesse. 1983 bis 1989 erforschte sie mit dem Statistischen Amt der DDR die Optimierung der Informationsflüsse zwischen Wirtschaftsobjekten und Wirtschaftssubjekten in einer Volkswirtschaft. Sie erlangte den Doktortitel an der Universität für nationale und internationale Ökonomie in Sofia und arbeitete 35 Jahre in der Statistikbranche. Die Jahre verliefen nicht ohne Zwischenfälle. Sie erlitt eine Querschnittslähmung ab Halswirbel C6. Nach glücklicher, jedoch unvollständiger Regeneration ihrer Querschnittslähmung im Sommer 2005 und ihrer Sehkraftschwäche seit Geburt spornte es Katharina Friedrich an, sich intensiv mit der Medizin und alternativen Heilmethoden zu beschäftigen. Sie machte sich auf die Suche nach Antworten zu folgenden Fragen. Wie lässt sich die Sehkraft mobilisieren, wenn diese noch nie vorhanden war? Ist es möglich, Blinde sehen zu machen und fast Blinde wieder in die Kraft und in die Regeneration der Augenzellen zu bringen? Sie wurde fündig. 2009 entwickelte Frau Dr. Friedrich ein eigenständiges Seminarkonzept mit der Methode der Quantenhandlung. Als erfahrene Dozentin auf den Gebieten Sehen ohne Augen und Figurkorrektur Lichtnahrung auf Knopfdruck ist sie heute tätig für die BTW Akademie mit Sitz in Strausberg bei Berlin. Sie führt Seminare weltweit im Deutsch, Spanisch und Bulgarischsprachigen Raum durch. Sie erlernte das Sehen ohne Augen und vermittelt es erfolgreich an alle, die diese Fähigkeit erlernen wollen, um ihre Wahrnehmung und Intuition für den Alltag zu verbessern. Ihre Erfahrungen, der gegenwärtige Wissensstand und ein Einblick in die Trainingsmethode ist in ihrem gerade erschienenen Buch Sehen ohne Augen Intuition und Wahrnehmung Schulen dokumentiert. Ihr heutiger Vortrag Sehen ohne Augen direkte, informative Warnung. Hallo. Herzlich Willkommen Frau Dr. Friedrich. Danke. Natürlich ist unser Interesse ganz besonders auf diesem letzten Punkt dort fixiert, wenn möglich an einer praktischen Demonstration. Ich zitiere diesen letzten Satz nochmal. Sie vermittelt das Sehen ohne Augen und vermittelt es erfolgreich an alle, die diese Fähigkeit erlernen wollen. Wollen wir das? Aber sicher, oder? Noch nie was gehört. Mainstream schweigt. Wie immer. Aber jetzt haben wir Sie und wir sind natürlich, ich sag mal, gespannt wie ein Huhn zwischen zwei Hühnern, ungefähr so, was Sie jetzt bringen. Danke, Ivo, für die Einladung und ich würde sagen, zu Beginn machen wir gleich mal ein Experiment. Oh, wow, gut. Der Ivo hat so eine Trainingsmaske, muss ich dazu sagen, noch nie aufgehabt. Er kann sie jetzt mal aufsetzen und danach mache ich das und mal sehen, wer schwarz sieht und wer weiß sieht. Jetzt geht es mir zu vertrauen, ich sage euch. Also ich sehe die Frau heute zum ersten Mal, wir reden zum ersten Mal hier von einer Stunde im Bus und jetzt hier. Ich habe die Frau noch nie gesehen. Ich beschreibe jetzt einfach, was ich sehe. Gar, gar nichts. Es ist stockdunkel. Einfach nur stockdunkel. Da gibt es keine Nichts. Also ich kann machen, was ich will. Es ist stockfinsterer. Ich denke, dass um das geht. Okay. Wir machen Sehen ohne Augen. Das geht natürlich auch Sehen ohne die Brille. Das möchte ich heute gerne hier vorführen. Bleib hier, Ivo. Du musst mir noch. Wir machen ein ganz einfaches Experiment. Ihr seht, alles sind zwei Blatt Papier. Eins gelb, eins rot. Wir haben überhaupt nichts abgestimmt. Und Ivo macht mir einfach mal, hält mir mal ein Blatt vor die Nase. Und ich sage, welche Farbe es ist. Das ist dann für euch alle sehr schön nachvollziehbar. So, ich muss warten, bis ich mein Loch habe. Und das ist da. Und jetzt fang an. Das geht so schnell. Ja. Das ist gelb. Das ist rot. Das ist nichts. Jetzt kommt wieder. Linke Hand hat rot. Rechte Hand hat rot. Alles in Hüfthöhe. Brusthöhe. Rechte Hand hat rot. Unterbar. Wenn du mir noch deinen Ausweis zeigst, wenn du einen hast, lese ich dir die Nummer des Ausweises vor. Ja. Gut. Das ist gelb. Okay. Gut. So. Also, wer jetzt nicht glauben kann, kann sich selber überzeugen. Kann ich jetzt gehen? Ja. Dankeschön. Also, ich bin total gespannt. Gut. Ja, ich bedanke vielmals. Das einzige Herausforderung, die ich heute habe, ist, das Ganze in 60 Minuten euch zu zeigen. Und zwar so ausführlich, dass ihr es wirklich als emotionales Erlebnis mit nach Hause nehmen könnt. Und das bedeutet, ihr müsst es nachempfinden können. Und deshalb habe ich einige kleine Filmchen gemacht, wo die Ergebnisse und die Erfahrungen sehr schön verdeutlicht sind. Jeder kann das lernen. Diese Fähigkeiten. Sie sind uns inne, in unserem Körper. Das heißt, wenn wir es verstehen lernen, unsere Psyche, unsere Seele, was ist denn das eigentlich? Es sind die vielen mentalen Körper, die nach der Materie kommen. Und wenn wir die alle aktivieren können, sind wir in der Lage, diesen inneren Seestrahl zu aktivieren. Ich habe das bereits schon seit vier Jahren gemacht. Das ist ein schönes Foto aus der Schweiz. Kann man das sehen? Ja, jetzt kommt es. Das ist am Vierwaldstätter See. Ich liebe diese Gegend, deshalb mache ich das im nächsten Jahr wieder dort. Dieses Interview könnt ihr gerne auf unserer Webseite nachschauen. Dieses kleine Mädchen habe ich vor vier Jahren zum ersten Mal trainiert. Sie hat innerhalb von zehn Minuten den inneren Seestrahl aktiviert gehabt. Im Studio, ohne Sonnenlicht. Wir brauchen einen Lichtimpuls am Anfang. Und dann hat sie wunderbar alle Aufgaben lösen können, die wir ihr auf dem Handy als Rechenaufgabe eingetippt hatten. Es geht um ein Sehen der Realität eins zu eins. Das, was ich mit dem normalen Auge sehe, sehe ich auch mit dem inneren Seestrahl. Wenn ich meine Maske vor die Brust halte, dann seht ihr sie und ich kann sie auch sehen. Halte ich sie hinter meinen Körper, kann ich sie mit diesem inneren Seestrahl nicht sehen. Genauso nicht wie mit den Augen. Dazu gehört ein anderer Strahl. Der nennt sich dann Gedankenstrahl. Wir trainieren den Seestrahl. Ich bin ein bisschen in die Historie gegangen und diese Methode gibt es schon seit vielen Jahren. Und nach unseren Recherchen war es in Mexiko 1918, als deren Bildungssystem total revolutioniert worden ist, eine Methode, die in den Grundschulen mit Pflicht war. Bis zu einer bestimmten Zeit, nach einem halben Jahr, Dreivierteljahr, einem Jahr, je nach Schule, wurde das den Eltern und den Lehrern unheimlich. Die Kinder waren in der Lage, die Gedanken der Eltern und der Lehrer zu erkennen. Welche Veränderungen machen wir das? Diese Methode wenden wir an für sehende Menschen, die ihre Intuition, ihre Wahrnehmung im Alltag verbessern wollen. Die ihre Entscheidungsfindung und das finde ich immer wieder frappierend in den Seminaren, wenn solche Menschen, die immer so rumdrucksen und sich nicht so entscheiden können, naja, so zwischen das und dies kann ja sein. Und das nervt und das kostet viel Zeit. Und mit diesem Training kann man das richtig schön schulen und die Menschen gehen nach dreimal drei Stunden nach Hause wie neu geboren. Sie können auf einmal wunderbar entscheiden und sich selbst ihrer Entscheidung trauen. Auch die Gehirnleistungen sind unsere Erfahrungen, sind damit gesteigert worden. Vor allen Dingen bei Menschen und Schülern, die Rechtschreibschwäche haben. Auch Verhaltensharmonisierung. Die Menschen werden etwas ruhiger, ausgeglichener. Das sind dann meine Vorbildmenschen, weil ich noch ein bisschen unruhig bin. Und vor allen Dingen das Selbstbewusstsein oder das Ich-Bewusstsein. Wenn wir die Übungen machen, heißt das dann, was, das habe ich gemacht, das ist richtig, hätte ich nie geglaubt von mir. Und so gehen sie recht mit erhobenen Haupt nach Hause. Auch das Sehvermögen kann hier sehr gut geschult werden. Und es ist sehr erstaunlich, wir haben festgestellt, dass manche Menschen ihre Brillen dann wegtun. Und wenn sie dann zum Augenarzt gehen, stellt der Augenarzt bei den Dioptrien immer noch die alte Stärke fest. Und trotzdem sehen die besser. Was passiert hier? Das gilt es zu erforschen. Und was natürlich der Höhepunkt ist und sehr ergreifend, wenn blinde Menschen und in meinem Training ist das schon bei vier Menschen der Fall gewesen, innerhalb von Stunden, Minuten sehend werden. Und das glaubt einem niemand. Und ich sage zu diesem Wort Glauben, aus dieser Phase bin ich schon raus. Ich weiß es, dass es geht. Gehen wir mal zurück. Jetzt bitte den Ton. Und ich darf herzlich begrüßen Marianne Lindner. Hallo, Grüß Gott. Grüß Gott. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Frau Lindner, erzählen Sie unseren Hörern, wie alt sind Sie denn? Woher kommen Sie gerade? Ich komme aus Wien und bin 92 Jahre alt und ich habe fast nichts gesehen. Ja, also Sie sind zu dem Seminar gekommen und haben Sie gedacht, das klingt vielversprechend, vielleicht kann mir da jemand helfen, dass ich wieder besser sehen kann. Nein, ich habe gar nichts geglaubt. Haben Sie gar nichts geglaubt? Nein. Ich dachte nur, also wenn meine Tochter so will, gehe ich halt mit. Aber ich habe es nicht für möglich gehalten, dass mir geholfen werden kann. Mhm. Sehen Sie schon lange nichts oder nur sehr schwach? Ja, ich sehe schon seit dem Tod meines Mannes, das war vor vier Jahren, habe ich rapid, ist das Augenlicht schlechter geworden. Aber vorher hatte ich auch schon sicherlich 20 Jahre, wurde es, dass ich zum Augenarzt ging und zu vielen Augenärzten, die mir gesagt haben, sie haben den grauen Starr, sie haben ein Glaukom und eine Makuladegeneration. Man kann gar nichts machen, es führt nur zur Erblindung. Mhm. Und als Sie gestern zu dem Seminar gekommen sind, da haben Sie gerade nur also hell oder dunkel wahrnehmen können, wenn ein helles Fenster irgendwie vor Ihnen war, mehr nicht. Ja, ja, habe ich das unscharf, mich orientieren können. Aber ich habe keine Leute erkannt und gesehen natürlich. Ich wusste nicht, wie ich in den Raum tritt. Ist das überhaupt ein Raum oder ist das eine kleine Kammer oder was? Es war nicht zu sehen. Gott sei Dank hat mich die Katharina am Arm genommen und mich weitergeführt, weil ich wusste nicht, kommen jetzt Stufen oder was ist jetzt? Und was ist dann vielleicht auch an dich, Hermann? Was ist dann passiert in diesem Seminar? Ja, wird unter anderem eben in dieser Einzelsitzung, die sie mit der Marianne gemacht hat, eine Technologie eben auch aus der russischen Entwicklung angewendet. Das ist Schwingungsmedizin und mit diesem Gerät hat sie eben hier mit der Marianne gearbeitet und nach dieser Anwendung hat die Marianne wieder gesehen. Marianne, wie war das dann plötzlich? Das war so. Also ich war fasziniert von dem Gerät. Das erkennt, was ich alles durch das schlechte Sehen, was ich noch für Leiden habe. Das hat sie alles aufzählen können, die Katharina. Und macht da was und ich spüre an den Händen und an den Füßen ein Kribbeln und eine Durchblutung. Angenehm. Und ich denke, wieso wird jetzt alles heller? Es hat eh die Sonne geschienen, aber es war für mich nicht hell. Und plötzlich ist es hell geworden und plötzlich sehe ich vis-à-vis die Katharina. Und ich denke, kann das sein? Was ist da? Und ich war so erschüttert, dass ich was sehen kann. Ich kann es Ihnen nicht beschreiben. Ich habe es nicht erfasst. Es war wie ein Schock, war das für mich. Ja, Marianne Lindner aus Wien, die ist heute jetzt gerade live bei uns im Studio. Danke, dass Sie Ihre Erfahrung jetzt mitteilen und vielen Menschen vielleicht Mut machen. Oft hat man eine Krankheit und man glaubt, es wird nie besser werden. Aber es gibt Möglichkeiten. In diesem Seminar ist Ihnen geholfen worden. Sie sehen jetzt schon besser. Also es ist natürlich, es ist jetzt, ich glaube sogar, Sie haben am Anfang nur schwarz-weiß, aber immerhin schon Konturen gesehen. Also es hat sich immer, wie immer. Alles grau, alles grau. Keine Farbe. Und wie ist der aktuelle Start, oder Gottfried? Also, weil die Marianne sagt eben keine Farbe und sie hat dann gleich am Abend auch bei diesem Seminar Sehen ohne Augen mitgemacht und dort konnte sie sechs Farben unterscheiden. Ist das so gewesen? Ja, das war überhaupt keine Kunst, ja. Als hätte ich das immer gekonnt. Und was mich so fasziniert hat, ich habe plötzlich den Raum gesehen. Es ist ein großer Raum, der Seminarraum. Ich habe den nicht so im Kopf erwartet. Und hoch. Ich glaube, das reicht. Diese Frau, 92 Jahre alt, vollkommen klar im Kopf und sie hat dieses Ergebnis erzielt innerhalb von drei Stunden. Wir müssen ein bisschen Tempo machen, aber ich glaube, alleine dieses live zu hören, wie sie spricht und dieses nachgibt. Was passiert hier eigentlich? Es braucht ihr hier nicht alles lesen. Kurz gesagt, der Sehvorgang funktioniert auf der Basis von dem inneren Sehstrahl. Der innere Sehstrahl geht auf eine Materie. Er ist nicht für uns sichtbar und auch nicht messbar. Und er kommt zurück, gemeinsam mit einer elektromagnetischen Strahlung, die die Materie abgibt. Und beide Strahlen müssen da sein. Dieser innere Sehstrahl, was auch immer das ist, ob Gravitation, Magnetismus, sei dahingestellt. Und wenn das elektromagnetisch zurückkommt, dann kommt unsere Retina in Gang und macht den Impuls für die weitere Verarbeitung des Bildes. Wenn man diesen inneren Sehstrahl nicht aktiv hat und er ist verschüttet, dann heißt das, man ist seelenblind. Das heißt, der feinstoffliche Körper macht nicht mit. Und hier, wer das gemacht hat, das ist mein Freund und Kollege Klaus Vollkammer. Dieser Mann kann Gedanken wiegen. Wer mehr dazu wissen möchte, der kann sein Buch mal lesen oder bei uns auf der Webseite ein paar DVDs und Vorträge oder auch in YouTube. Wir brauchen noch jemanden, der diesen Mann vorschlägt für den Nobelpreis. Das kann leider nicht jeder machen. Das Sehen ohne Auge. Die Frage ist, habe ich mir gestellt, wo ist die Quelle? Wo kommt dieser Strahl her? Und das alte ägyptische Wissen weist uns da ein bisschen hin. Hier ist das Auge des Horrors und wenn man das ein bisschen symbolisiert, dann ist es genau das. Das limbische System im Zentrum der Thalamus und rundherum fünf beziehungsweise sieben Gehirnkammern, die wie ein Parabolenspiegel auf diesen Thalamus wirken. Und das limbische System, wenn es leuchtet, dann sind wir in der Freude, in angenehmen Gefühlen und Emotionen. Und dieses Licht, was dann darauf geht, das aktiviert den Thalamus. So, dass wir in der Lage sind, diesen inneren Sehstrahl auch wahrzunehmen. Und das wird trainiert in unseren Kursen. Es geht hier nicht um ein Sehen über das dritte Auge. Manchmal wird das so geschrieben und gesagt, ich bin da anderer Meinung. Das dritte Auge macht ein inneres Sehen. Ich kann immer wieder etwas hochholen, reflektieren, was ich mir schon mal erlebt habe oder vorstelle. Was wir hier machen, ist das äußere Sehen eins zu eins, was dann dazu führt, dass eben im schönsten Fall Blinde wieder sehend werden. Und in diesem Thalamus, der auch das sogenannte Hochzeitsgemach genannt wird, kommen alle Sinnesorgane zusammen und wir haben mehr als fünf, wir haben zwölf. Und in diesem Thalamus wird entschieden, welches Sinnesorgan zuerst an der Reihe ist, um die ganze Informationskette im Netzwerk zu durchlaufen. Hier kann man nochmal ein anderes Bild sehen. Das Grüne ist der Balken im Gehirn und der muss sehr flexibel sein und das wird trainiert. Das Sehen mit den Augen erfolgt über die braune Bahn, das Sehen ohne die Augen über die türkisfarbene, hellblaue Bahn. Und wenn man den Thalamus mal hier so sieht, als kleines anatomisches Objekt, dann gibt es hier unten zwei kleine Kugeln und die haben ihren Sinn. Die eine Kugel links ist das Sehen, objekt stichhaltigen Wissens und die rechte ist der Klang der Schöpfung oder das Hören. Ja, der Hörstrahl wird bei manchen auch aktiv. Zwei Wienerinnen ist das gelungen. Solche Entstrahl, die Beethoven und Mozart hatte. Wie kann der Thalamus trainiert werden? Bei Erwachsenen ist das auf eine Art, bei Kindern auf eine andere. Intuitiv ist zum Beispiel hier, was ich vorgeführt habe, zu unterscheiden, was ist gelb, was ist rot, was ist grün, was ist blau, was ist rot, was ist orange. Stück für Stück wird dran gearbeitet. Oder was ist unter vielen weißen Papieren, ein Papier, was ein Symbol drauf hat, finde ich das unter zehn verschiedenen weißen Papieren, ohne drauf zu schauen, mit geschlossenen Augen. Da wird noch nicht mit Maske geübt, sondern es geht darum, dass man spürt, wann der erste Impuls kommt. Und die Intuition wird blockiert, wenn wir in unserem Körper zu viel Analyse und Grübeln hier oben machen. Und dann ist das zweite, schaut mal hin, wenn wir zu hohe Erwartungen haben. Die alte Dame mit ihren 92 Jahren hat ganz deutlich gesagt, ich habe nichts erwartet. Ich bin mitgegangen, weil meine Tochter das wollte. Und die Tochter war 69 Jahre alt und war Ärztin, die hat das Ganze mit nachvollziehen können. Verstehen noch nicht, aber sie hat es beobachten können. Und außerdem die Frage des Vertrauens zwischen dem Schüler und dem Trainer. Es ist außerordentlich wichtig. Und auch um Dinge loszulassen. Alte Glaubenssätze. Einfach es zu wagen. Und wir haben unterstützende Mittel bei dieser Aufgabe. Das eine ist das Seminar, aber für zu Hause. Später muss man noch so ein, zwei, drei, vier, fünf Monate trainieren. Und da hat man Hilfsmittel. Eines dieser Hilfsmittel ist der sogenannte 5D Flash. In die fünfte Dimension blitzartig hinein. Hervorragende Entwicklung aus meinen Kollegen aus Wien. Und das ist nichts anderes, wie hier so auf dem Handy was runterladen. Zwei Finger auf die beiden Kreise drauf und das fördert schon die Intuition. Dann gibt es auch für Legistheniker solche Sachen oder zum Lernen oder Vergebungsbereitschaft oder für irgendwelche Wehwehchen, die der Körper hat. Eine andere Sache ist das hier. Bitte abspielen. Das passiert genauso wie der 5D Flash auf den Tesla-Wellen, Skalarwellen oder Torsionsfeldern genannt. Man kann es leider nicht erkennen. Technik macht es nicht möglich. Ist nicht so schlimm. Es sind drehende Grafiken. Ja, jetzt kommen sie. Und das speziell ist für die Augen. Es gibt insgesamt 13 verschiedene, entwickelt von russischen Wissenschaftlern. Und ich hatte einen blinden Menschen, den der Retina kaputt war, der alleine nach fünf Minuten solch einer Sitzung gesagt hat, was ist hier los. Ich habe jetzt Helligkeit, ich habe Blitze in meinen Augen, wo ich da vorher alles schwarz hatte. Gut, Dankeschön. So, und wie funktioniert das im Körper, dass wir das wirklich alles in Bewegung bringen? Da brauchen wir ordentliches Wasser. Wasser, was ionisiert ist, sogenannte H-Ionen enthält, die sich jederzeit wieder neu strukturieren können. Entweder hexagonal, pentagonal. Und ich habe euch, was auf unserem Buch stand, hinten haben wir diese Torsionsfelder-Spiralen von den russischen Wissenschaftlern, als auch diese kleine Wasserkarte, fünf Minuten euer Glas Wasser draufstellen und ihr werdet merken, das Wasser schmeckt weicher, voller, mit Geschmack angenehmer. Und damit mehr H-. All das, das trägt dazu bei, dass dieses Sehen ohne Augen möglich wird. Im Training selber machen wir dann Übungen, damit wir mit unserer eigenen, körpereigenen Winkelroute spüren können, wann der Impuls vom Unterbewusstsein kommt, damit unser Bewusstsein, unser Fritzchen das auch richtig durchführt. Und ich habe mal hier eine Übersicht, was sind das eigentlich für Frequenzen, mit denen da gearbeitet wird. Hier sind viele Tontechniker dabei, die verstehen so was. Schaut mal hier drauf. Das ist eine Tabelle von meinem Freund und Kollegen, Richard Grasnik, ein Arzt, mit dem ich auch zusammenarbeite. Und da seht ihr, hier ist die Optik unten und die mechanischen Teile oben. Schallschwingungen. Für das Hören ist dieser Bereich zuständig. Für das Sehen ist nur dieser kleine Bereich hier unten zuständig. Alles das, was links und rechts davon ist, ist für unsere menschlichen Sinnesorgane, die elektromagnetisch arbeiten, nicht in der Lage aufzunehmen. Wenn wir unsere Wahrnehmung aber verbessern, sind wir in der Lage, das aufzunehmen. Stück für Stück. Und es gibt noch ein schönes Buch, was zum Nachlesen animiert, wie die Sinnesorgane arbeiten. Das ist das Buch Hyperschall von Herrn Rainer Gebbensleben. Beide können noch nicht durch die Maske schauen, durch diese Maske, aber sie sind begeistert, wenn ich ihnen dann aus ihren Büchern was vorlese. Diese Trainingsmaske sieht so aus, die ist inne mit so einem Loch drin, also im Schaumgummi eine Auswölbung, damit das Auge ruhig ohne mechanischen Druck drin sein kann. Denn die mechanischen Druck, Druck ist wieder elektromagnetisch und würde dieses feine inneren Sehstrahl irritieren. Man wird ihn nicht erkennen können, weil das elektromagnetische Sinnesorgan viel stärker wirkt. Manchmal gibt es auch Menschen, die sagen, ich habe einen Lichteinfall in der Nase. Ja, jeder ist anatomisch ein bisschen anders. Müssen wir alles dafür tun, dass dieser Lichteinfall wieder weggeht, dass irgendwas noch dran geklebt wird oder dass auch derjenige lernt, sich nicht darauf zu konzentrieren, sondern auf andere Stellen unter der Maske, bis ihm eine, in Anführungsstrichen, Erleuchtung kommt. Dazu gibt es bestimmte Augenbewegungen und Training und vor allen Dingen Anweisungen meinerseits. So, schauen wir uns das mal an. Wie gesagt, für drei Bereiche gibt es das, für Erwachsene, für Kinder und für Blinde. Und bei Blinden mache ich obligatorisch das Einzelcoaching dazu mit diesem 5D-Flash und Gespräch, um herauszufinden, was hat zu dieser Blindheit geführt, damit man wieder rauskommt aus dem tiefen Loch. Und dieser 5D-Flash arbeitet ebenfalls auf der Basis von solchen Teslabel. Schaut euch mal an, dieser Junge mit seiner Zwillingsschwester macht jetzt folgende Übung. Das Mädchen, was noch nicht auf dem Bild ist, wird kleine Karten auf die da unten liegenden und zwar in passender Farbe. Das ist für die Kinder relativ leicht. Was mich am meisten beeindruckt bei diesen Mädchen ist, ist die Fußhaltung, die sie macht. Und bitte mal abspielen. Ich rede hier bulgarisch, also ich sage, ihr legt die kleinen Karten auf die großen. Also, lege drauf und sage die Farbe. Und jetzt die Füße. Die Füße dürfen nicht auf das Papier treten. Sie hält auf den Zentimeter genau den Abstand ein. Gleichzeitig bedient sie mit ihren Händen das Papier, um es da hinzulegen. Das ist eine neue Koordination für das Gehirn. Das hat sie vorher nie so gekonnt. Das sind neue Neuronen, neue Vernetzung. Und das führt zu mehr Gehirnleistung. Das nächste Mädchen, bitte abspielen. Die Kleine ist seit zwei Jahren im Training und macht Klettern. Ach ne, Ballspielen. Entschuldigung, jetzt haben wir noch Ballspielen. Bravo. So, aufgepasst. Der Junge fängt das Mädchen nicht. Sie lacht ganz, sie lacht sich selber aus und macht dann ihren Pullover wieder hinten zurecht. Ich erkläre euch gleich, was das bedeutet. Danke. Diese Körpersprache, diese Sekunde, da braucht mancher Psychologe Monate, um das zu erkennen, um mit dem Kind zu arbeiten. Dieses Mädchen hat sich selbst ausgelacht, hat ihre Anforderungen zu hoch gehabt. Ihr Selbstwertgefühl ist jetzt ganz tief und sie fühlt sich, dass sie im Chaos ist in der Unordnung und deshalb stellt sie sich nachher hin und nimmt ihren Pullover und macht wieder Ordnung. Unser Körper sagt uns alles. Jeder Muskel arbeitet auf der Basis unseres Unterbewusstseins, was wir fühlen, was wir denken. Und das gilt es zu erkennen. Und Ballspielen ist eine der schwierigsten Übungen, die wir hier machen. So, die nächste Video. Man glaubt es nicht, aber Sie können es sehen. Acht Jahre alt, zwei Jahre trainiert sie schon Klettern. Erstens sage ich Sonne tanken. Die Durchblick durch die Maske muss richtig kräftig sein für das Kind und Glas klar. Sie muss eins zu eins sehen. Und jetzt schauen wir nur zu, wie sie klettert. Wieder Beine und Hände gleichzeitig in Bewegung. Das Video, das ist filmbereit. Du, wie ist das auch? Schlatter schauen oder hinten? Erstehen, A-D. Schlatter. Und jetzt die Stange runterrutscht. Und... Juhu! Geschafft. So, und das war, als ich damit anfing, vor vier Jahren. Zehn Jahre lang bin ich durch die Welt gegangen und habe gesucht, Hilfe für einen kleinen Jungen zu finden, der damals drei Jahre alt war. In einem kleinen bulgarischen Dorf. Er war blind, wohnte bei der Oma zeitweilig und dort traf ich ihn zum ersten Mal. Mutti und Oma baten mich, ihm Hilfe anzugedeihen lassen. Und wir sind dann nach Deutschland und haben verschiedene Ärzte aufgesucht und Kliniken und kein Weg führte dazu, dass dieser Junge von Geburt an blind jemals sehen kann. Als ich diese Methode dann kannte und mir das zugetraut habe, bin ich hingefahren, habe eine Woche Urlaub genommen, ohne zu wissen, wo der Junge ist. Und wie es so manchmal der Zufall will, hatten die an ihrem Wochenende ihre Jahresfeier von der Gründung des Dorfes. Und siehe da, der Junge kam mit seiner Oma und ging das Experiment ein. Wir übten eine Stunde. Von dieser einen Stunde machte ich 20 Minuten Einführung, ein Gespräch, Vertrauen aufbauen. In den weiteren 40 Minuten war er in der Lage, danach sechs Farben zu unterscheiden, zwei geometrische Figuren zu erkennen, ein Becher oder ein Ball oder ein Blatt und den Raum zu erkennen. Und was ihr hier seht, ist das zweite Zusammentreffen, weil das erste filme ich nie, weil das das Vertrauen mindert. Und das Video hat jetzt die Mutti gemacht und hat zugeschaut. Und dieser Junge, wie gesagt, hat noch nie gesehen, konnte jetzt nach einer Stunde sechs Farben unterscheiden. Und seine Aufgabe ist das jetzt, eine Billardkugel, die er in der rechten Hand hat, in einen durchsichtigen Plastikbecher zu stellen. Ich muss das mal hier zeigen. Und bitte mal Video ab. Dieser Böscher, der Wind ist heftig. Ich halte ihn ein bisschen fest. Und das hat jetzt nichts mehr mit energetischen Sehnen zu tun, wo ich immer gezweifelt habe, sieht er das rein energetisch und spürt komprimierte Materie oder sieht er es eins zu eins wie wir. Und Sie seht hier, kontaktlos legt er diese Kugel in diesen durchsichtigen Plastikbecher, den man mit normalem Auge kaum sieht. Und jetzt hat er die Aufgabe, eine kleine gelbe Karte und eine kleine rote Karte auszuwählen, eine davon, die dann in dem Fall auf das rote Blatt zu legen. Erste Aufgabe, er muss das rote Blatt überhaupt finden. Übrigens geht er in eine ganz normale Schule, schon seit Anbeginn. Er hat die Braille-Stift, hat überall Einsen. Und hat es geschafft. Später haben wir das dann auch noch mit Bällen gemacht, in die Becher hinein, wunderbar. So, für Erwachsene, wie gesagt, also hier seht ihr nochmal, wie ihr das in die Becher hinein gebt, meine Zauberbecher. Und hier bei Erwachsenen machen wir es so, in zwei Teilen, erst ohne Maske trainieren, neun Stunden lang. Und dann ein paar Hausaufgaben bekommen und dann nochmal neun Stunden mit Maske. Dann hat es jeder, Erfolgsquote ist ungefähr bei 90 Prozent. So sehen wir dann aus, das ist in Wiesbaden, zwei Erwachsene, rechts bin ich, links mein Freund Thomas und hier vor dem Wiesbadener Theater. Das mache ich ganz gerne, denn dann kommen die Fußgänger vorbei und sagen, was machen Sie hier. Und so sieht es dann aus, die letzte Übung bedeutet, finde aus 20 Bechern den Becher heraus, intuitiv, wo der Ball drunter liegt. Es ist immer so, dass von den Teilnehmern die Münze auf den Becher gelegt wird oder der Finger auf den Becher gezeigt wird, wo der Ball drunter ist oder die Münze drunter liegt. Und zwar, es sind maximal vier Becher, die die anvisieren. 16 Becher spielen für die überhaupt keine Rolle. Und diese vier Becher stehen auch meistens sehr eng beieinander. Und einer oder zwei schaffen es immer auf Anhieb sofort, diese Sache zu finden. Da ich ja Wahrscheinlichkeitsrechner bin, kann ich euch sagen, durch irgendeine statistische Methode, der Korrelation oder sonst was, kann man es nicht mathematisch nachweisen, dass so eine hohe Wahrscheinlichkeit eintritt. Der Mensch ist das beste Messgerät und seine Intuition ist hervorragend. Und jetzt möchte ich euch, der Ivo Sassik hat mich gebeten, wenn ich schon von meiner Weltreise zurückkomme, und das bin ich gerade vor zwei Tagen, ohne Jetlag übrigens, weil ich ja mit dem 5D-Flash habe, auf meinem Handy, bin ich sofort wieder arbeitsfähig. Und wo war ich gewesen? Ich war bei einem der besten Mentaltrainer der Welt, die den Tennis-Profis die geheimsten Tricks beibringen, damit sie ihre Technik nicht in Wochen oder Monaten trainieren müssen, sondern dass sie es in einer Stunde können. Und dieser Mensch hat mich auf dem Internet gefunden und hat gesagt, du musst herkommen oder ich komme zu dir. Und er war dann im Juli bei mir zehn Tage in Berlin und dann haben wir uns geeinigt, ich fahre mal da runter, trainiere seine Kinder und seine Freunde und seine Profis, die bei ihm da gerade Training machen. Man muss dazu sagen, Jelko Schmitschiklas ist groß geworden mit Ivan Lendl. Vielleicht kennt jemand Ivan Lendl, die waren in einer gemeinsamen Gruppe. Er ist der Trainer geworden und Ivan ist der Spieler geworden. So sieht ein Mensch aus, der voll trainiert ist, 53 Jahre alt und der jederzeit Geräte-Turnen vom Feinsten machen kann. Und dann habe ich mich dem Versuch unternommen, in seiner Folterkammer ein sogenanntes Sequenz-Training zu machen. Ich habe nicht mehr gemacht als viermal zwei Stunden. Meine Hose rutscht mir jetzt, ich habe abgenommen und meine Muskeln sind ordentlich gestrafft, bevor ich überhaupt zum ersten Mal in meinem Leben einen Tennisschläger in die Hand nehme. Ich konnte das nicht. Und für diejenigen, die ein bisschen Leistungssport machen, ich habe das früher mal gemacht, der Puls, wenn man den misst, wenn der in 10 Sekunden 14 Mal schlägt, Belastungspuls ist das schon ganz gut. Wenn er dann ein bisschen Training auf 16, auf 21, das ist noch mittelgut, aber wenn er auf 28 kommt oder 32, dann ist das spitze. Und diese Spitze habe ich in viermal zwei Stunden erreicht. So, guckt mal, ich habe euch jetzt mitgebracht einen kleinen Film, wie ich es lerne und wer Tennis spielt, der kann jetzt gleich das abgucken, wie man richtig einen Tennisball mit Vorderhand abgibt. Und wie man das lernt in zwei Minuten. Und was noch dazu kommt, wir haben da ein bisschen gespielt, erst ohne, aber der Film sagt eigentlich alles für sich und danach habe ich vielleicht noch drei Minuten, um was zu sagen. Das soll so sein. Mein Abschiedsgeschenk sein an eure Veranstaltung, das Unmögliche, was wahr wird, was wir in unseren Seminaren weltweit geben. So, bitte abspielen. Der Film dauert achteinhalb Minuten. Und ich habe auch Jelko zu Wort kommen lassen, weil es einfach wert ist. Das ist mit geschlossenen Augen. Ich stelle erst mal die Truppe vor, Nina Smichitas, Lea Smichitas, sehr Smichitas, Die Doktor hat Darina Friedrich, meine super Freundin mittlerweile und Partnerin. Sie führt unter anderem verschiedenartige Seminare durch. Und das, was wir sehen, glauben fast keine Zuschauer, die das das erste Mal sehen. Menschlicher Körper hat eine Möglichkeit. Mit dem inneren Destrahl, wenn er ihn aktiviert hat, genauso gut zu sehen wie mit dem normalen Auge. Mit dem Testzweck nehmen wir dazu eine Maske, damit man das lernen kann, das zu aktivieren. Wo generiert sich die Menschen im Körper der Seestrahl? Im Thalamus wird er ausgesendet und wird er wieder zurückgeschickt. Ist das etwas, was nur besondere, spezielle Personen durch ihre Verankerung lenkt oder können wir das alle machen? Also im Grunde kann das jeder machen. Und je jünger die Menschen sind, also Kinder, desto einfacher geht es. Später hat man dann so Glaubenssätze, kann man nicht, das ist immer bestraft worden und nicht so gefördert worden. Und dann wird das geschüttet. Und wir holen das wieder raus. Das heißt, ohne dass wir was sehen, mit einer absolut lichtdichten Maske, spiele ich mit Katharina ein paar Bälle, ohne dass ich mit ihren physikalischen Augen in dem Ball sehen kann. Wir haben schon ganze 14 Minuten in ihrem Leben Tennis trainiert. Also Zuschauer, Zuschauer achtet auf die mittlerweile schon schöne Technik. Und Nina, Lea und Seah haben in drei Tagen den Kurs mit Katharina schon Passe gebastelt. Farben zu Farben, ohne Augen. Unglaubliche Sache, ich bin damit begeistert. Und wir werden das tüfteln im Sportbereich immer weiter. Und jetzt spiele ich einfach ein paar Bälle mit ihr. Ihr seid bitte fleißige Ballkinder. Und wenn die Bälle ein bisschen weggehen, macht die Bälle aus den Füßen von ihr weg. Mit den Schäden. Danke. Okay? Sollen wir erst ohne Maske machen, oder nicht? Fünf, sechs Bälle ohne, Assistentin. Und dann sofort mit. So. Zum Beispiel noch zu betonen, dass die Katharina von früheren Entstehungen der Sache Probleme beim rommlichen Sehen hat. Das wurde noch erschwerend dazu. Dann ist es schon das. Mit den Augen ein Wunder nach 14 Minuten. Ja. Also, du versuchst, Katharina, alle Bälle hier rein zu treffen. Kommen zwei Tiktaturen. Zwei Tiktaturen. Kommen zwei Tiktaturen. Und nur sauberes Wort von der Bälle. Zeitlupe A. In das Ziel Zeitlupe. Zwei Tiktaturen. Zwei Tiktaturen. Zwei Tiktaturen. Zwei Tiktaturen. Zwei Tiktaturen. Jetzt kommt sie immer näher ans Ziel. Okay. Ihr seht einen auf ersten Blick ungewöhnlichen Schläger. Paratigma, so wie das Wort sagt. Ich bin gerade beim Testen, auch meine Profis werden das testen. Ein Profi, Robert Schoen, steht hinter der Kamera. Und dieser Schläger wird jetzt zwei, drei Wochen bei Profi Turnieren in Santo Domingo, Hauptstadt von der Domrep, getestet. Nicht nur bei diesen Baby-Schlägen, sondern richtig bei den ETP Profis Future Level 300er Welt, 200er Welt. Was ist besonders an dem Schläger? Was für Eigenschaften hat der? So wie du siehst, in diesem Bau sind die biomechanischen Linien anders gebrochen. Aber bevor die Testresultate rauskommen, werden wir das noch am liebsten ein paar Tage nicht erklären. Okay. Wir halten euch am Laufenden. Jetzt machen wir dasselbe mit der Maske, die absolut lichtdicht ist. Das ist immer gespannt, Kati, wie das funktioniert. Was machst du eure Leere hier? Also dein Loch oder Leere? Ja. Halte den Schläger in der normalen Ausgangsposition. Getroffen. Sieht alles noch ein bisschen unbeholfen aus, aber es wird besser. Jetzt will ich einmal ziehen. Ich will so ein bisschen im Rhythmus. Jetzt tun wir, super. Zwei. Ehe deinen Rhythmus ein. Ein. Sie sieht, wie im Innenstall den Ball startet. Sie sehen, wie im Innenstall den Ball startet. Sie sehen, wie im Innenstall den Ball startet. Sie sehen, wie im Innenstall den Ball startet. Das ist reine Intuition. Das wollen wir trainieren, wenn wir mit der Maske arbeiten. Keine Zirkusnummer machen. Ich bin dabei, viele zu dürfen für den Sportbereich auch übergreifen, nicht nur Tennis. Viele Untersuchungen machen und schauen, wie diese Technik sich optimal auf viele Leistungssteigerungen auswirft. Und das würden wir bezeichnen. Alles klar. Dankeschön. Danke. Danke. Ciao. Hier seht die ersten, die diesen Film überhaupt gesehen haben. Ich kann sagen, dass ich mich so fast entblößt darstelle, ist auch selten. Aber ich muss sagen, es geht nur mit eigenem Beispiel, mit Vorbildwirkung. Sonst nimmt ihm das niemand ab. So, man kann es lernen. Ich bin gerne in der Schweiz. Zwei Termine haben wir nächstes Jahr für euch. Und ihr könnt dann dazu noch die Lichtnahrung machen und Quantenharmonie, wie man selbst sich die Impulse gibt. Und wer ganz gut drauf ist, der kommt einmal im Jahr nach Berlin, um einen freien Energiekongress mitzuerleben. So wie wir ihn dieses Jahr hatten, gemeinsam mit Klaus Vollkammer und anderen Sachen, alles auf unserer Webseite zu sehen. Die sieht so aus. Noch ein bisschen bescheiden, aber gut. So, und das Ganze, wer mehr dazu wissen möchte, seit zwei Tagen haben wir dieses Buch. Und ihr könnt es gerne am Buchstand mitnehmen. Ein paar Exemplare haben wir mitbekommen. Wer keine bekommt, der kann das bei jedem Buchladen bestellen oder als E-Book sich anleiten. Ich möchte gerne den E-Book bitten, dass er mal hochkommt. Du bist der Erste, ja das Erste, ich habe es ja noch nicht nummeriert, das Erste Exemplar bekommen kannst. Oh, das ist doch wirklich. Ich bedanke mich für deine fantastische Arbeit. Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank. Und wir haben es groß geschrieben, Buchstaben sind relativ groß, dass man auch Leute, die ein bisschen schlechter sehen können, das mit Leichtigkeit lesen können. Unglaublich. Und vor allen Dingen ist es so wichtig, über den Tellerrand hinaus zu sehen, Dinge neu auszuprobieren. Nur da kommen wir weiter, egal ob in der Naturwissenschaft, ob in der Ökonomie oder in der Gesellschaft, was am schwierigsten ist. Viel Erfolg damit. Wunderbar. Ganz, ganz lieben Dank. Es war hochinteressant. Spannend. Danke. Danke euch auch. Vielen Dank. Sehr ohne Augen, ja. Sehr ohne Augen, ja. Danke. 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 Danke.